Hallo ihr Lieben, Radeschlager-Parade, sie ist voll durchgeknallt und ich bin ein Teil davon, deshalb mache ich mit bei der durchgeknallten Sommerheeparade. Ja, das ist lustig, vielleicht. Wir haben beim Rasen durch den Ball, die einem macht den anderen Tag, dann wird sie offen, wann er brüllt. Rüchte Kokusnuss, rüchte Kokusnuss, die harten Kokusnuss, die Klau. Ich nominiere Tanja Lasch, danach denkt Anita und Alexandra Hofmann. Hurra! Musik 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 Musik